so leute auf vielfachen wunsch ist gelogen keiner hat sich gewünscht außer mir spielen wir endlich wieder counter strike 2 mit der gang und eric von pietz mit was machst du dann noch mal eric mod chef auf jeden fall hohes tier da auf jeden fall genüttet das ist schon mal das spricht für die ja ja er war schon begeistert disco zu benutzen deswegen okay unten ist einer krasser typ ist halt er breit ja haben die bombe gesehen ne ok weiter ich decke die nö aber wir müssen es jeder machen shot planten hotball einer einer kitchen einer shot aua ich glaube du musst mithelfen eddie One side. Affen besetzt er. One on one. Schafft er nicht mehr, oder? Schafft er. Hatte Glück, ist es besser wieder da. Verdammt. Zehn Meter noch. Trotzdem gewonnen. Auch dann nie. Ja, 2k. Sehr gut gemacht. Kill kann man haben in der ersten Runde, ne? Also, das same. Hey. Ja, das war ein... Ich hab kein Kill gemacht. Wie werfen wir denn... Wieso hab ich denn die Bombe nicht mehr auf... Wegwerfen? Auf G. So, da kannst du Window oder Connector so? Ja. Okay, warte mal. Das wird's naht. Machen wir Connector. Das war mit der TV. Das war mit der TV. Hoffentlich kommt die. Ah, okay. Ja, die köstst du uns. Ah, hier ist ein bisschen zu tief. Da war einer... Window. Ja, genau. Nee, das ist gut. Also... ne Shotgun. Da ist der Window. Das. Kann wirklich jeder? Passiv Bombe. Dann sag ich mir den Keiner, ich ihm das drücken will. Du bist komplett gemischt. Haben wir jetzt dreimal. Hab ich dich gehört? Ja. Ja, aber gemerkt. Ach, Schnauze. Hallo Erik. Hallo. Hallo Erik. So Leute, jetzt lasst uns mal hier richtig Mirage geil machen. Äh, okay. Machst du Vorschläge? Schnauze. 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 Welche willst du? So. Ähm. Warte mal. Wer ist das für welche? Jungle glaube ich. Okay. Sehr gut. Nein, ich hab's nicht so. Der Meister ist. Ich dropp die eine. Ich... Gibt's so ein Signal? Der ist schon vorne. Ich bin schon vorne. Ich bin schon vorne. Was ist das das Signal? Smogen wir? Ich hab schon gesmogen. Jetzt wollen wir jetzt auch noch. Das ist ein Cluster. Das Licht ist ganz umgelegen. Das geht hier. Flash. Let's go. Nein. Oh, das geht gar nix. Okay. Äh, links. Hinter der äh, Kisten bei A. Hinten Pell ist schon durch. Hinter euch. Ich bin tot. Warte. War ein gutes Walk. Oh. Ich hab ein bisschen überrascht, dass die Smoke weg war. Das war wieder ne einzige Shit-Show, ey. Ein bisschen. Ei, ei. Unter dem Namen kenn ich mich. Okay, cool. So. Wollen wir jetzt nochmal in Geil, oder? Ja, ja, ja. Damit rechnen die nicht. Danke. Oder so. Damit rechnen die nicht. Ja, stimmt. Okay, ich hab ne Smoke für den Stairs. Oh, Bobi hat nix. Ähm. Was hab ich nicht? Ja, hab leider kein Geil für dich. Es tut mir leid. Ich hab doch ne Galol. Das ist ne Galol. Okay. So. Läufer so. Hast du sonst noch ne Smoke? Äh, Nicola, und Bobi ich dir noch eine. Wenn du noch eine kannst. Bei ihm liegt eine. Bei ihm liegt eine. Bei dir liegt eine. Ja. Okay, danke. Ich mach dann Stairs und... Seht ihr hier, oder was? Ich hab Stairs jetzt. Achso, dann war ich... Kalis ist gesmoked. Okay. Da haut ein bisschen... Oh, dass der auf geht. Die haben Flash. Oh, die haben uns abgeflammt. Shadow. Flash hat mich gefickt. Wo ist Shadow? Äh, unter dem Holz. So, zwei. Oh. Drei, drei, drei. Eine Underwood. Okay, eine Down. Und zwei. Achso, du rennst schon. Renn, Bobi renn. Sehr gut. Ohja, eh, 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 eh. Komma, ich komma. Ich komm mal. Ohja, eh, eh, eh. Schott, Schott, Schott Oben, oben, Park mit dem Park mit dem Park mit dem Ja, Epps einer? Schade Robi, was war das denn für ein Schott-Call? Oh Leute, ich mach mir rage einfach Ja, es war aber Epps, da waren der Ja, hab ich wohl die Kopfhörer falsch drauf Nikola, zeig mal Ja, das wollte ich nicht an, zeig ich dir KV, Pistolen, U2K bleiben A-Rush A, ich würde jetzt sagen B, ja sonst ist das mal einfach A raus Alle Rampe einfach direkt raus Gut Das liegt einfach Zum löschen? Ne Ja, ich hab was zum löschen Leider bin ich der Erste, ist ja gut Ich guck direkt links vor Underwood Ich muss gelöscht werden Ja, das dauert ein bisschen Und zwar da Und zwar da Underwood Da ist noch einer Nein, direkt da noch einer Da ist noch einer Zählt hier einer? Und da ist CT drin Oh, Connector Das war dumm Connector und CT Die beiden Ich bin bei Tetris gefangen Oh Oh One-Shot Ja, gute Eco Passt schon Jetzt können wir ja mal Mitte anspielen Kann doch besser werden jetzt Okay, ich smoke nochmal Window Du machst Window Du machst Window? Okay Du hast noch die Window Ich mach nichts Nee, die kann nicht Die Window smoke eigentlich nicht so Ich weiß Nicht zu sicher Ah, okay Das Kabel war nicht Maus-Bungie deshalb Ah Ja, da kann ich nicht ziehen Ja, genau Zwischen diese Dinger Ja Zwischen diese Dinger Scheiße, jetzt müssen wir da oben Okay, weiß ich was Er ist zurück Dieses Schwein Vielleicht bin ich hier drin Ah, Short steht noch Aber es lag jetzt mal, oder? Ja Sehr gut Einer war Short Sehr gut Einer vor Connector, ging noch nicht Dann Da ist es Short Ja, geht mal, geht mal Rampe Wir kommen noch von Connector Ja, die Kiroffalter Ja, okay War schon richtig Sehr gut Jungle, letzter glaube ich Ist es noch einer Letzter, okay Vielleicht Jungle CT Letzter CT Rechtsseite CT Wenn der nicht geht Ah, der Headshot Ui Stark, der Headshot Klar Nochmal Mitte Control Irgendwer kann Underpass und irgendwer kann auch immer in Palace rein und da lurken Dann wer pusht Oder Treppe rausgucken, Headshot Eddie, willst du zu Palace gehen? Ja, kann ich machen Dann machen wir jetzt ein bisschen Default Einfach ein bisschen gucken, warten auf die Gäten und dann Gucken, alles klar Gucken 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 Einer, Kontakt Pelle ist drin Deagle Ah, und andere Stairs Äh, Ramp Hat ist ja AK Lied Ach so Ach so mal Einer hat AK auf A Einer steht in ner Rampe drin Ich hit nicht Sehr gut Sehr gut Einer Connector Einer Short Sehr gut Fort einer und einer unbekannt Letzter unbekannt Vielleicht da war irgendwo noch CT Nee, Jungle Letzter Sehr gut Stark, stark, stark Wer braucht Wer braucht Wenn du was hast Gerne Vielen Dank Na gut, wenn wir so alle Ecken abnehmen Jo Default können die nicht Äh, Nicola Ah, ah ja, ok Was machst du da? Pinkelst du? Mach die Windows-Mog Achso Ich pickel ein bisschen, ne? Es ist gerade generell Wohin du gehst Zum Mülleimer Da liegt die S Ja Geil Hab ich mir mal kurz angeguckt Ich muss aber bei D drücken Was ein bisschen scheiße ist Geil Einen Korn Da kommen wir der A langsam vor Zwei in den Jungle Oder Window jetzt Eine Rampe Shit, hat eine AK Ja, eine Rampe Rampe, ja Bei der Bombe Bei der Bombe Hm Hat er nicht gehört Einer hat bestangen Einer irgendwo auf A Ja Ah, A ist halt Und Ah, schade Schade Tja Geldtechnisch sieht es nicht so gut aus Ich hab gut Ich kann einen Drop auf den Fall Ich kann einen Drop auf den Fall Sinds Ede Droppen mal eine Mc10 Für Nicola Und für Bobby Und die Russian B Das klingt auch sehr gut Wie macht man das nochmal? Steuern und Halt Steuern und Halt Steuern und Halt Alter, du hast ne Antwort Belegung Ehhh Achso Hehehe Er hat auf ihn gescheuert Fast Hat jemanden? Haben alle? Ja Dankeschön Na hat eine AK liegt Anna Ja Hohle ich die mal Noch eine Hinten durch Vorwinde Aber hinten durch Vorwinde Das ist ABP Du hast ein anderer Press gehen, oder? No Bobby, ich meine ABP Ready What? Hinten? Short V-mini Ich smoke short Nein Ich hab verkackt Vergiss du springen Perfekt Oh RIP Einer war short Einer war gut Okay war short down Letzte unbekannt Mit oben sind wir Da war's im Connector Sehr short Jetzt da Stairs war er grad Nicht Ja Bist da Hör mal die Wache da Einer springen Du kennst dich aber nicht Ava drauf Wo ist er? Wo ist er? Ich geh aber auf B legen Boah der Headshot Hohoho Okay der ist tot Der spricht aber auch noch mal schön Ja das war geil, ne? Degaaaa Da hat er die Aabe, ne? Wir haben Mirage so oft gedodged, ne? Ich hatt ihn ja ewig nicht mehr gespielt Was? Wer spielte keinen Mirage freiwillig? Also verstehe ich gar nicht Weil die Gegner meistens insane da sind Was machen wir Default oder was? Ah ja Lass mal nochmal versuchen Mit 2B Bitte komm Scheiß Smog S Geil Hier ist mal ein Erfolgssicht Hier ist mal ein Erfolgssicht Close Shot Oh Dreck verdammte Was macht die Molli denn? Was für ein Timing? Ja Woll ich grad nehmen Ja Oh Zwei Ein Gedanke Window Der muss verrecken Ja ist tot Nein er war Short Und 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 Die haben Echo Ok Teiße Ja ist reich Aber Einer Under Einer Unbekannt Also Under Pass Warum liegt vor Connector Bin ich alleine? Ja Och Leute sag doch was Du bist alleine Danke Achtung die haben jetzt Waffen Oh Der nicht Bäh Alle auf dich gewandert Die ganze Zeit Frech Ja ich bin ja für den Ahr exekut Um Mates zu sein Soll ich was kaufen Oder was machen wir? Ja Mir kannst du was kennendrucken Die anderen könnten kaufen Also ich hab kein Geld vom Smoke Dankeschön Hier ist nur Smoke Oh Ja ich hab mir Spendierhosen an Äh fuß ich doch Okay Hat wer anders die Smoke noch? Probiert die Smoke Egal Ey Ich hätt die safen sollen die Ahr Aber das war dumm ey Zwei hätt die safen Ist aber auch Das war unfair Äh 3 A glaub ich Sehen zu haben Einer Stairs Der Waffenstift Ja Braus noch Na oben ist noch Smoke Ha Juggle 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 Das muss aber sehr schnell sein. Ich glaub die sind zertritt. Ja, das geht B. Smoke mal einfach einer nur CT auf A und das ist eine Flash und wir gehen B. Ja, das klingt ja genial. Eddie, kauf was geht. Letzte Runde. Ich fühle den Smoke dazu. Hier geht B, ne? Ich bin ja. Jo, hier geht B. Hast du Smokes? Brauchst du noch einer? Eddie, B. Eddie, B, nicht A. Ich komm, ich komm. Kannst der Fux die Smoke droppen? Smoke jetzt CT. Fleisch CT. Einer steht zuerst. Ich geh zurück. Einer ist gepusht. Was ist das? Okay, Smoke auch. Zukunft. Aber der ist low. Einer kommt safe über Ebs, Eddie. Da wo du... Ja. Den kannst du abfangen. Der muss so low HP sein. Ja. Ich bleib der die Fux? 2 über Ebs. Oh, 2. Das war der. Das war leider der mit low HP. Einer noch. Einer noch Kitschen. Einer Ebsen. Einer Kitschen. Der ist low. Ich auch. Der auch. The fuck. Walle einfach da rein, Nicola. Ja? Was hast du zu verlieren? Ja, ich weiß, ich ziele immer ein bisschen weiter nach unten. Das liegt an Quake. Da zielt man halt bei der Rakete immer nach unten auf die Füße. Das krieg ich nicht so schnell wieder raus. Die Default Haltung bei mir ist leider immer ein bisschen weiter nach unten gerichtet. Machst bestimmt keinen bloody runter. Let's go. Das war... Ja. Mir macht Spass. So. Auf geht's. A-Shop. 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 Ich geh A. Wunderschön. Okay, dann geh ich B. Nein, mach ruhig A. Nein, 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 nein. Ich hab aber keine Nades. Ich rede nicht einmal. Okay, Ramp ist leer. Ah, okay. Ich will den anderen gucken. Anders ausgehen. Okay, ein Palace. A-Shop. 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 Das war aber nicht. Wenn er die Nades gefressen hat. Bei mir Flash, bei mir B, 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 go. Okay. Okay, Palace is clear, Typ is down. A-Shop. Es ist B, es ist B, es ist B. Viel B. A-Shop. Okay. Die alle raus? Ja. A-Shop. 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 Ne, einer Apps noch. Oh, sorry. Einer K. Schaut close. Einer Kitchen. Geh doch da durch. Immer noch K. K. K und Kitchen. Schade. Jetzt wieder Bench. Bench und K. Er hat nen Adder, oh Gott. Schade. Sehr gut. Letzte Onside. Sehr gut. Oh, wie da hast du nen Kit? Yes. Reicht, reicht, reicht. Reicht, okay. Sicher? Ja, ja, ja. Ja. Soll ich zu ihm noch? Okay, nur Musik. Oh fuck. Doch, Musik. Oh, der Porn. Ich hab die Musik nicht gehört. Was ist denn mit der Liste? Warte, manche. Manchmal hört man die, manchmal nicht. Manchmal kommt. Manchmal. Alles manchmal. Manchmal. Ist der Wettnippsfaktor. I'm Jesus. Ich hab's zu hoch. Ich hab's zu hoch. Äh. Okay. Ich versteh keinen Ort. Ich hab's zu hoch. Flamed einer Rampe? Ja. Ich mach ramp. Heiß. Rampe. So. Hallo, WMX-TTV. Hallo, WMX-TTV. Ha. so viele leute wollen sie jetzt sehen bei eddie das ist doch schön och scheiße kommt der die rampe da hochgeschossen alter genau in dem ja die haben nur galols geholt alles voll ab es ist voll abhugs flash hier zählt ja ach so krass na tetris tetris und unbekannt zusammen pushen ja rampe und tetris ah da müssen ballern du der war aber hinter ihm bei gecolt wurde ramp und tetris was kaufen wir denn so rein hab ich gedacht feiner sind da cz inka rein so jetzt wird es geht cz inka rein kauf mal rein kauf mal rein lass mal ja aber bobby ist nächstes mal du musst die rampe im auge behalten eko noch mal da juhu juhu nix jahre 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 wapp mit mir eigentlich jahre was mach ich denn hier jahre jahre jesus wie geil oh ich hab aber keine rk aufgesammelt Ich flohe! Was ist los mit mir? Ja, das ist fast killet. Wenn wir noch Delta einholen, dann haste du killet. Wow! Alter Schwede! Er muss an der Ansage bleiben. Let's reporten an der Stelle. Ich komme! Oh, B ist da doch was. Nur einer. Ich hab Palace. Oh, es sind die anderen. Pass auf andere auf. Rampe ist doch hier. Rampax. Waren mehrere Steps. Snake oder? Zumindest der Glock. B ist was. Nice. Ich hole den Smoke nochmal. Ich hole den Smoke für euch. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Ah, okay. Also die sind da rumgesprungen. Aber vielleicht war es nur Fake. Könnten die anderen kommen? Können die. Ich hab grad fast Fuchs abgeknallt. Noch 20? Äh, nach der Zeit wäre ich auch geil. Ah, schade. Abob ist da. Letzter Zeit. Letzter Zeit. Los, darf ich planen. Nice. Ah, der Fuchs. Oh. Ne, die hat nur noch Echo. Idee. Hobby wollen wir tauschen. Mir wurde ne Galie gedroppt hier. Hm. Oh, Quatsch. Da hat ne Galie. Hier liegt noch. Irgendjemand hat ne Galie gedroppt. Hm. Hast du wahrscheinlich ne Galie aufgehoben. Das ist nackt. Ich wollte hier einfach loswerden. Und hab sie aus Versehen D gedroppt. Noch nix gesehen. Vielleicht. Anstrengung. Close. Ich hol die Vekula. Zur Grunde. Mitte. Ja. Short oder so. Ne. Mitte unten. Bombe Mitte. Okay. Vor der Rampe ist nix. Chair. Der Scout. Zwei Mitte. Wieder oben jetzt. Down. Einer war Mitte noch irgendwo. Oben rechts. Under. Chair is clear. Herr was denn? Der ist Under gegangen oder? Der muss Under gegangen sein. Ah, dann ist er Under. Es sind noch zwei. Tappen. Steppen T-Stairs. Die gehen A. A A A A A A. Oh, A drauf. Eine Seite. Auf beide Seite. Ninja. Was? Einer Tetris. Einer Ninja. Einer Tetris. Einer Tetris. Einer Tetris. Einer Tetris. Einer Tetris. Leider Tetris. Sie haben die Waffe nehmen die Hand. Einer Tetris. Einer noch top mit, Achtung. Alice, 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 Steps. Bleib schon. Noch einer. Flashzeit, Nicola, Achtung. Die Rampe ist raus. 2A. Schön. Schön. Das ist nicht schlecht. Nix, Poker. Das ist Rampe, das ist Rampe, das habe ich immer gesehen. Jawoll. Aber Bobby sagt doch wo der Gegner ist, das hilft mir mehr. Er droppt mir was geiles. Ich habe gesagt, Alice unten in der Ecke da bei Rampe raus. Das habe ich nicht gehört. Das habe ich nicht gehört. Bobby Kopf nicht, Bobby Kopf nicht. Ich war maximal verwirrt. Alles was ich nicht weiß, was jetzt heißt Bastard Egg. Ah ja, okay. Gut abgezogen. Der Fuchs Kompensator, stark. Aber was kommt jetzt hier wieder? Ich werde hier wegziehen. Ich werde hier wegziehen. Wer ist da? Oh, B ist da weg? Oder Ander? Mitte oben einer. Ich habe Ander. Ich habe Ander. Palace ist clear. Du bist da oben. Ander. Ander kommt raus. Es. Busch, Busch, Busch. Noch einer. Fuchs. Ich habe Zeuern da. Ich gehe zurück. Ja, Ander clear. Jetzt gehen sie A. Das wäre krass. Stark. Ich gehe wieder A. Ich gehe wieder A. Smoke. Smoke A. C, D, Smoke. C, D, Smoke. Ja, sicher. Von oben, Alter. Klar. Ah. Schade. Hast du keinen Kiff. Ah, schade. Der Peak aus der Höhe. Ah. Es wird knapp, Leute. Es wird knapp. Wir müssen alles geben. Super ausgiebig. Aber wir brauchen Eco. So wie es aussieht, oder? Ja. Na, Bobby. Ich mach's für Eco. Dann können wir mal B. Ich mach's für Eco. Wollen wir einfach mal A. A. Rampen. Ja. Bobby doch mal P. Geil. Hat jeder? Äh. Ich habe hier. Eddie, hier. Flasher. Ich habe eine Rampe. Kommt. Ja. 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 Ja, die Bombe. Ich pushe den. Smoke in der Mitte. Alles ist klar. Okay. Die sind Mitte High. Äh. Da oben. Von den Kisten. Hat der Knopf bekommen, Mitte? Die stimmen auf B. Ich bin fast tot. Ja, die gehen Mitte oder B. Okay. Die ist vom Wackel. Auf geht drauf. Oben Mitte. Nein. Was macht denn der da? Was macht denn der da immer noch? Zu dieser Uhrzeit, ey. Nein. Meine Güte. Boah. Das war jetzt aber fies. Da wird rechnen doch keiner. Gute Echo. Warte auf. Gute Echo. Jetzt sind wir alle Runden gewinnen. Ja. Um noch zu gewinnen. Ja. No pressure. Ach Leute ey. Ich kauf noch nen Kit. Ah, der Keks. Gut. Oh. Kekse, aber gut. Leider. Wie? Machst du keine Kekse? Nein. Oha. Unkippe Aussage. Slow. Weg ist. Ich schießt Smoke, Alter. Connector, Alter. Short zwei. Ah, da. Drei Headshot. Drei Short mit Bombe. Ah, na low. Letzter war Short. Grenade out. Vielleicht Mini. Leider hoch. Mini, Mini. Ja, Mann schreit. Halt alle bitte. Ja. Getropped. In den Klang. Hm. Getsch. 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 Viel Healt. Boah, wir erst tahtetit. Ah, ich muss nicht mehr schreien. Oh, danke schon. Das ist aber nett. Ich kann mir sogar Nates leisten. Flamme ich gleich mal. Ach so, gerade schon. das stimmt aber nur das glaube ich sehr gut sehr gut bei der rampe hatte noch nicht nur diese diegel klick das kotz wie viel lohnt es sich wieder eine weste zu kaufen 70 65 ja du kannst sie kaufen ja was genug geld dafür hat ja das geld kauft sich festplatten die grafikkarte landet am ammer ja gut jetzt sehe ich aber gar nichts Alice, Alice Alice, Alice Alice, Alice Alice, Alice Alice, Alice Trotzdem, einer Zwei Was? Fuck Bombebette War unbekannt Alles raus Der ist nicht normal Der ist nicht War er? Unbekannt 2400 Schaden unten, unranked Ja, kommt jetzt irgendwo Ander, glaub ich Rot Ein dreckiger Smaller Hä, war das nicht hier die Bombe? Oh, schluss Ja, weiß ich Ne, war ein Fuß, oder? Ne, rechts Hinter dir Hinter dir Da vorne Keine Ahnung That's fucked Aber Good job Ja, weil der da irgendwas aufgeschossen hat Dachte ich, der ist jetzt B Ich dachte, der geht in den O-B-Mini rein Und will dich überm Window facen Aua Fun people Braucht ihr irgendjemand was? Nicola, ich kann den in den 4 durch Achso, ja Ich dabei Dankeschön Mein Fahrer ist ja geschossen Super Flash auf A Ich geh mal auf A Ja, die bangen komplett durch Die machen... Äh... Jungle Jungle Na, meine Tete Einer müsste los sein Einer anderen? Ne, ne? Weiß ich nicht Grenade Ah... Ah... Oh! Okay Nein, links Stairs Schnappen Well Funny Muss doch ein Flash gewesen sein, dass der ist Verlängerung Können wir noch gewinnen? Ne Die Fuchs gefiel vor 5 Runden noch ganz unten vom Schaden stand, ey Ja, das ist angemacht hier Haben wir 10.000? Ja, brauchst aber keinen Käffler-Helm kaufen Bobby, willst du mit der Arbeit? Mit der Arbeit? Du suchst uns vor Ja Wieso haben wir denn so viel Geld? Das ist jetzt Overtime Overtime Da haben wir zwei der Teams so viel Geld Haube ich mir schöne Arbeit Ja, drei Mann, wo... Geht da meine Bauchhabe Hör durchfüßchen Ja Der ist so frech, alter Ja Scheiße Wer ist noch def? Der kommt Ich bin wegsmookt einer, tja Einer B Ach, scheiße Es ist so schlimm Zwei Meter Einer low Larry P hat keine AP mehr Smoke Zwei kommt vor B stepped? Jo B B B B B B B B B Nein K schon raus einer Zeit Der K einer Zeit Da steht der da und wartet die ganze Zeit Der in der Mitte, ey Mitte einer K und Zeit Camp da oben wir müssen das glaube ich gegen die der dev spielen die waren doch jetzt gerade zur dritten mitte alle sind jetzt zurückgerannt sofort die verbrechen sich ziemlich gut ab ja gut dann spielen wir jetzt dev im laser mitte offen quasi wir müssen ja mitte nur die info haben ja das erste match so spannend meine gede frech oh die haben korrekte schott gesmoggt palace ist clear flash mit der nicola abhau nee der hat an der ist frech der ist so frech rampen raus mitte die werden mit der info einer mitte um einer b also einer b und einer mitte rampe a ist nix die werden gehen b beiden a b beide b beide b land default letztes halt plant ist default letzter bank sehr gut ach danke für die gnabe ich ein pech zwei auf pf k 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 Was ist das Ding aus? Tritts grad am besten Bis was gehts bis 15 oder was? 16 theoretisch oder 15 beide Ja Das ist die Militär von Halo ja Flash auf Ah das könnte wieder so ein schneller Run Raus Sind alle anderen Tetris Alle Tetris Man Wir machen das immer wenn die Flash so schnell Auf A kommt dann Einer war CT Was nachladen Ist ne kack so Durch Einer Sight Und eine Rampe Stöhnt Stöhnt Auf einer Unbekannt Schade Schön gemacht Trotzdem Jetzt haben wir einen Vorteil auf T Oder? Haben wir einen Vorteil? Ja Bestimmt Ja Alte Markars Reicht als Vorteil Und wir können Smokes Was die nicht können Hat trotzdem gereicht ne? Egal Zu viert nochmal mit zu B Einer bleibt bleibt in Apps Und ja Zu viert Mitte Nicola machst du Window Dann mach ich Connector Ja Ich hab ne Awe gekauft ne? Mit zu B mit zu B mit zu B Telefon gut kommt Ja Nice Woher schuldig ne? Gott Schön Das haben wir ne? Oh Oh Zit Ich flame gleich bitte Kitschen, Kitschen Ja 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 Typ Typ Bängel Die Letzter Bekannt Nein Nein Jesus Das war aber Puh Bin auch überfahren Der hat auch schief gehen können Jesus Christ Ja Wollen wir einen schnellen Argo machen? Ja Argo Ich mach CT Na gut halt Mit Nades Aber dann halt mit Speed Weißt du? Ja Also relativ schnell irgendwie bei 1 40 Smoke Was machst du? Ich mach CT Ich mach CT Oh ich Connector Äh Schon mal Ah scheiße Dann Dann Lass mal 1,30 1,30 Okay Helles ist der Smoke Noch einer Smoke Dann müssen wir 1,20 Dann ist die weg Und hoffentlich kommt keiner vorhin Lass 1,25 loslassen Okay Okay Noch ne Flash Noch ne Schöne Oh shit Jungle Sei Gott Let's smoke Lass noch einer Ziergelt Die kommen bei Ziergelt 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 Wow, geil, da ist so gut. Mit den Smokes ist das halt super geklappt, ey. Bob, ob ich denn hier war kriegt, ey? Bei Rampe. Das stimmt. Darf hab ich dich doch, Nicola. Ja, ich muss das sagen. Wie der gewartet hat, ey. Das war close, ey. Ihr musst die ganze Ernehmung gestanden haben, oder? Ich hätt's nicht gecheckt. Holy shit. Oder wo standst du, Bobbi? Standst du nicht in der Rampe drin? B-Rush oder was? Die ganze Zeit, ey. B-B-Rush? B-Rush. Äh, sonst B-Rush. Ja. Ja? Wir können's abreden. Kannst du Windows noch? Nee. Jetzt nicht. Ich mach short. Ja, wir rennen jetzt durch. Okay, er sitzt jetzt da. Oh! Entschuldigung. Unter dem Windau, äh, unter. Ja. Van. Ich raus, kitchen raus. One side. Oh, unbekannt. Scheiße. Scheiße. Ist der hier drin, oder? Unbekannt. Ja, oben. Apps. Oben. Apps. Boah. Scheiße. Ja, hat er mich gesehen. Sky. Sky. Ist aber wieder frech. Ich hab mich so verstecken sollen. Fuck. Es ist so frech, mit 3K Elo wieder so zu spielen. Ahhhh. Und kein Catch. Naja. Boah, alle. Ich schwitz. Das war belastend. Und dann gibt's Minuspunkte. Ja, Minuspunkte. Weil ich so low gerankt bin, ist so lächerlich. Erdick, willkommen einen Drop. Glückwunsch. Und ganz kurz auf K. Ja. Ich werde jetzt einen Drop aussuchen. Ich habe gerade zwei Drops. Oh. Gleich im Hauptmenü. War eine ausgeglichene Runde. Ja. Matchmaking Respekt. War spannend. Boah, guck mal. Hier eine. Kann man auch geile Sachen kriegen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Das war die wöchentliche Drops. Glückwunsch. Jetzt kannst du wieder Geld ausgeben, wenn du die Kiste aufmachen willst. Warte mal, ich guck mal. Aber, genau. Pass auf wegen Daten. I know, I know. Okay. Wird früher oder später wird es passieren? Nein, nein, nein. Das ist falsche Einstellung. 2 Euro. Mach mal einen Abmod. Mach mal eine neue Folge. Ja, okay. Ja. Das war's mit Counter-Strike 2 und Mirage. Ich finde, dass ich ganz gut gespielt habe. Auch wenn es nur für einen Unentschieden gereicht hat. Aber Counter-Strike 2 macht Spaß.